Willkommen zurück, Ellie ruft an. Hallo Ellie, ja, äh, ich denke ich, langer Hotter Guy. Okay, in case. Okay, sprich zuerst. Okay, ich studiere Bibliologie. Okay, Investigate Reports. Achso, die anderen sind 2. Okay, so, was willst du tun? Aha, study, get me some. Ah, okay, Seesterne und Korallen. Äh, ich denke. Nein, ja, okay, gib mir 2. Okay, gehen wir hin. Äh, gib auch eine Belohnung. Ja, küss mich auf die Wanne, Christe. Kann ich Geld. Nichts wertend sein. Oh, mein Smart. Oh. Ja, ich will tauchen. So. Agar and Red Starfish. Äh, Mediterran. Ähm, der ist ja hübsch. Der ist hübsch. Da ist noch Holz. Was machen wir mit dem Holz? Oder was haben? Das Kochbrot. Da ist noch mehr Holz. Wie komme ich jetzt da unten rein? Oh. Wie komme ich jetzt da rein? Da ist noch eine Morena. Ah, so. Ich habe sie in Aua gemacht. Ich denke, ich verbrauche ein bisschen mehr. Ah, ein Kochbrot. Ah, okay. Die kann ich so nicht einsammeln. Da ist eine Kiste. Mal gucken, was wir da drin haben. Ah, okay. Aua. Okay. Oh. Na komm. Jawoll. Ein bisschen lustig. Ähm. Moräne. Nein, ich will nicht sterben. Ja, ich weiß. Running out of air. Komm nicht zu schnell hoch. Sterben wir? Mit ohne Boot. Komm mal, der wird vielleicht noch mal rein. Okay. Der freut sich. Aber ich möchte da nicht zurück. Ich möchte da mal runter. Oh, der maximale Gamer. Oh, guck mal. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Aber du hast auch eine athletische Muskel. Ja. Wie cool ist das. In der Glas raus sitzt da. Ich bin da. Sehr interessanter Geschäft. Ich bin da. 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 Ich brauche noch Zeug. Äh, noch. Aha, okay, was haben wir da? Da haben wir das Holz. Jetzt kriege ich mir das Holz. Was ist denn da? Ja, was ist denn das? Das ist wieder eine neue Kiste. Es fühlt sich alles neu auf, das ist schön. Das Grab-Metal. Auch Handschuhe auf jeden Fall. Oh, damn. So, wie sieht es eigentlich aus mit meiner... Ah, okay, wir können das dann tauschen. Da ist noch einer und das andere. Kann ich irgendwo meine... Da. Okay, find Scrap Iron. Hier braucht noch ein bisschen Scrap Iron. So. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Freitas? Ja, ja, ich weiß. Okay, die können wir nicht, weil wir noch keine Ausrüstung brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich noch andere Ausrüstung. Ja, ich habe eine Säge. Na, na, na. Das weißt mich nicht an. Die nehme ich mit nach Hause. Da hast du nur davon. Das weißt, was ist Scrap Metal. Das weißt, was ist Scrap Metal? 50 Meter. Okay, die kann ich nicht einsacken. Ach, hier haben wir noch Luft. Einmal aufgefüllt. So, Scrap Iron haben wir. So, jetzt gucken wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir noch was lustiges. Ich glaube die. Ah. Mach schon wieder vollen Tank an, wir gucken gleich weiter. Zweite Waffe, hier haben wir noch Holz. Jetzt haben wir noch keine Ahnung, was ich da mache. Oh, 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 oh. Siehst böse aus. Siehst genauso böse aus. Ah, okay. Na, komm. Tod. Card. Okay, wir sind Feuer scheint. Na denn? Da habe ich noch Zeug. Es gibt so viel zu entdecken hier. Boah, das ist so schön. Schön, dass die Lunge platzt. Aufsteigen. Return to boat. Ich glaube, wir haben jetzt alles für die beiden Missionen. Hallo, Halli. Äh. Ja. Der Reward Pass. Okay. Will meine Belohnung haben. Mein Number. Riesenöl. Sojasauce. 70 Gold. Oh, es hat sich gelohnt. Wiener. Okay. D-d-d-d-d. Komm weg. Blablabla. Wann ich auch? Ich bin wieder. Ey, sieg an. Wann ich auch? 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 Äh, first you all download this Weaponshop on your phone. Äh. Damit. Okay. Was haben wir denn hier fallen? Das Kraft. Jawoll. Ist das geil. Das ist so cool. Jawoll. Gleich mitnehmen. Okay. 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 Wow. Blaupausen. Goodbye. Aha. 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 Äh. Du collect 100 Gold. Okay. Das ist ein guter Job. Wird alles erledigt. Ja. Jawoll. Hä? Wann noch irgendwas was wir hier machen können? Die läuft gut. Ah. Ju. Hat die nicht schon. Nicht crap oder das nächste Mal. So gar kein Problem. Aber wir gehen jetzt erstmal. Uh. 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 Sushi Bar repariert. Oh. Ist nochmal schön. Abend in der Sushi Bar. Sehr geil. Dim dim. 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 nicht öffnen. Wir müssen erstmal Menüs aussuchen. Das. Das. Ach. Das von gestern ist alles weg. Okay. Stimmt. Ist ja frisches Zeug. Schicksal. Ah. Lüh. Mh. Blüh. Blüh. Klar dann öffnen wir das mal. Wird vielleicht ein kurzer Abend. Aber ist nicht schlimm. Es wird Wasabi sein. Timeskip. Nö 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 nö. Ah. Äh. Ich bin der Große. Was möchtest du denn haben? Möchtest du erstmal einen Glühntee? Hm. Du schnipselst das. Ah. Du möchtest einen Glühntee. So, du wolltest was blaues, du kriegst was blaues. Du kriegst was goldenes und dann sind wir auch schon out of order. Was hätte der feine her denn hier? Ah, runde Sushi Rollen, unsere Spezialität Keule, einfach unsere Spezialität. So, es läuft. Einmal bisschen lecker Tee. Perfekt. Ne, du wartest länger. Na komm. Jawoll. Hervorragend. Wieder 5 Sterne. Wir haben Bancho Sushi Closed. Geil. Oh. Stimmt. Ja, sind ein bisschen runtergegangen. Aber ist nicht schlimm. Ist wahrscheinlich nur eine Auswahl. Aber das kriegen wir da hin. Oh. Und wer bist du? Ich bin Dave und du bist Dr Bacon. Ja. Was ist los da? Ja. Wer ist zu mir, Dr Bacon? Ach, du bist Archäologe. Ja. 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 Die Tiefen. Braucht mehr eine andere Ausrüstung für. Ok. Okay. Oh ok. Hier soll noch... Das ist ein fantastischer Ort, okay in der Akademie. Wir müssen nur noch spielen, alles klar. Echt? Ja, ja. Brauchst du mir vor heute jahre, älter, okay. Alles klar, wir müssen wahrscheinlich wieder so gut krampfen. Aber? Oh, 70 Meter, dafür brauchen wir andere Ausrüstung. Ja, ich werde da rumschwimmen und Artefakte suchen, alles klar, das kriegen wir hin. Alles klar, für die Hilfe, okay, und so weiter. Äh, ein Upgrade für den Diving Suit. Oh, 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 ja, haben will. Äh, in style simple, oh Gott. Da tippt ja gar nicht so die aktuelle Welt, so ein bisschen auf die Schippe, ne? Aha. Okay. Jawoll. Jawoll, jetzt kommt die Upgrades machen. Ich hab mich auf Home first. Na ja, dann. Was haben wir denn? Level 2. Gerade. Oh, ja. Bit deeper, okay. Okay. Ähm. Jawoll, Leute. Ich würd sagen, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, ho. auf. Untertitelung des ZDF, 2020